Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! 27. Dezember ist die dritte Braunacht und kurz vor Mittelnacht dürfen wir etwas wünschen. 2. März oder 30. März wird dieser Wunsch zum Erfüllung gehen oder stärkt uns das innerlich. Das ist die Hoffnung. Diese dritte Braunacht hat eine Auswirkung auf Monat März. Und das ist Frühlingsbeginn und symbolisiert ein Neuanfang. Außer dieser Neuanfang gibt es natürlich auch andere Themen. Was steht noch im Mittelpunkt? Das schauen wir jetzt an. Auf dieser Karte sehen wir ein Liebespaar. Und das ist die Energie Monat März. Und wenn ihr das heute kurz vor Mittelnacht wünscht, dann geht Monat März in Erfüllung. Außer die Liebe kann diese Karte noch bedeuten als Symbolbild für Verträge oder Verbindungen all das, was ihr liebt, wo ihr mit Herz und Seele dabei seid. Auf jeden Fall haben wir Monat März diese Liebesenergie. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici